Und damit seid gegrüßt zu einem weiteren Letzt-Test, zum Letzt-Test Genesis No. Mit dem 2. Fürst Gamescom Woche, letzter Tag, vierter Tag. Ich spiele noch ein vorletztes Letzt-Test, wenn ich mich nicht irre, die vorletzte Demo-Version an. Komplett ohne Soundtrack. Tatsache, ich glaube ich muss den Sound mal ein bisschen leiser stellen. Komplett Soundtrack. Vielleicht kommt das noch. Begin Game. Click and hold to grab. Click to walk. Double click to run. Click and hold to continue walking. Und jetzt fetzt es mir die Oren weg. Das Echo der Radiowellen des Urknalls des ganzen Universums zu hören ist. Ich drohnen und Protonen eins mal den Rivalen tüten. Eins der Rivalen tüten genug ab, um dieses Phänomenal so genannt. Und, äh, ja. Dammer Sound. Mhm. Ein abgespacedes Spiel. Ha. 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 Was tun wir hier? was tun wir hier? Okay. muss man dich hier bewegen oder was habe ich heute für seltsame spielen im netztest es ist hier und wir den richtigen ton treffen oder was jetzt wird ein wenig musik von rechtem ohr Improvisations, ich glaube an den Buchstaben vorbei, rundherum. Ah, ok, mal ganz im Ernst, was hat der Entwickler und die Entwickler von diesem Spiel geraucht, bevor sie das vor sich ausgedacht haben, ich komme hier gerade vor wie auf einem ganz seltsamen Trip, aber einem ganz seltsamen, also nicht normal. Das ist kein, da muss schon ein bisschen was heftigeres geraucht haben. Das ist kein echtes, das ist keine echte Straßendroge. Ja, obwohl Straßendroge, das was wir hier so gerade im Hintergrund sehen, trifft es vielleicht schon. Ich schaue mal jemanden beim Duschen zu. Ja. Kunst. Moderne Kunst. Abstrakte Kunst. Was will uns dieses Spiel damit sagen, was wir uns dieses Spiel vermitteln. Ich werde es jetzt nicht analysieren, wird die Intention des Autors es nicht herausfinden wollen. Improvisations. Wanted. Landschaftslose Figuren verewigt in einem Fahndungsplagat. Okay. Im Zug. Erzähl nicht. Ich muss das hier mit. Kleinen Klick in vorn bewegen. Achso. Du musst den Zug ziehen. Interessant. Auf was für einen Trip fahren die Entwickler. Was haben die Entwickler genommen und darf ich davon was abhaben? Bitte gib mir was davon ab. Ich will auch. Ich will auch. Okay. ja man hat mir gesagt das ist leicht abgespaced ist dieses spiel unter leicht abgespaced habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt okay ach so jetzt können wir uns vorwärts bewegen was machen wir jetzt hier den bilderrahmen erhöhen vergrößern unter der 25 der straße ok die schienen wippen gleichzeitig zu seiner musik alles klar ok ok Ne, das war nicht richtig. Das war richtig. Aha. Ne, das war noch nicht ganz richtig. Das war doch richtig, oder? Ja. Musik. Ach du Scheiße. Das war falsch. Was soll ich mir merken? Verdammt. Okay. 3, 1, 2, 4, 2, 3. 3, 1, 2, 4, 3, 2. Verdammt. 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3. 3, 1, 2, 4, 3, 2. Verdammt. 3, 1, 2, 4, 2, 3. Ne, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4, 2, 3. 1, 2, 4, 2, 3. 1, 2, 4, 2, 3. Absatz 2, 1, 4, 3, 4. Ja, sehr gut. Das war ja etwas schwerer. Hm. Was? Oh nein. Man, ist doch mehr. Oh Mann. Okay, jetzt mache ich was vor. Ah, ich bin begeistert. Ah, okay, jetzt. Ah, ich kann es nicht mehr machen. Du musst alle golden machen, oder was? Was? Das ist doch Katzengeirma. Ich merke es doch, ich höre es doch. Faszinierend. Das ist sehr grausam. Musik hast du dieses Spiel. Das ist doch alles golden. Nein, da fehlt noch einer. Auf wei. Alles schwarz. Was will das Spiel nun von uns? Ja, okay. Ja, okay. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ja, okay. Ähm. Ich habe keinen Plan, was wir hier weiter machen sollen. Ja, okay. Und weiter gehts. Ich musste nur zugeben, dass ich keinen Plan habe. So sieht es aus. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Ja. Okay. Okay. Wir können die ganze Stadt um uns herum bauen. Ist die Flüchtlinge. die Flüchtlinge. Der Zug. Und was passiert hier? Das habe ich mich irgendwie schon seit Beginn des Tests gefragt. Aber ich frage es mich immer mehr. Ist die Hand. okay. Und, im Weg des Zug. Drei Männer steigen los. Was ist geschehen? Oha. Ein Upright-Bass, Simple Materials, Joint in Contact Harmony, Inspires New Leads. Das spielen wir selbst über das Neid. Wir packen hier den Bass ein. In unseren Mantel. Und wir haben etwas auf unserer Hand. Aha. Thanks for playing our demo. Catch you later. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Netztest. In der nächsten Demo. Haut da rein. Habt eine angenehme Zeit. Ich bin verwirrt. Man sieht sich. Ciao, ciao. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Komm. Untertitelung des ZDF, 2020